Und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was Spezielles, eine weitere Mod-Vorstellung und zwar die Item-Physics-Mod. Das ist ähnlich zur Realistic-Item-Drops-Mod, die ich vor kurzem schon mal vorgestellt habe, aber die kann noch ein bisschen mehr. Und da haben auch viele geschrieben, ich soll mir die mal mit anschauen, denn das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und ja, auch hier kann man Items auf gewisse Arten und Weise droppen, aber noch etwas mehr und noch andere Arten von Realismus sind da mit drin, wie es es damit auf sich hat. Das seht ihr jetzt in diesem Video. Let's go! So, da wäre ich. Also zunächst mal, ich habe schon mal ein Video zu einer Mod gemacht, die ist so ähnlich, werde ich euch per Infocard verlinken. Und falls ihr übrigens neu seid und mich noch nicht kennt, es würde mich freuen, falls ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren noch. Denn dann landen alle weiteren Videos bei euch in der Abbox, das ist super praktisch, danke, wenn ihr daran denkt. Und ja, legen wir mal los. Ihr habt doch gerade gesehen, hier gibt es schon einen kleinen Unterschied, hier kann ich die Items sofort einsammeln beim drüberlaufen. Liegt aber auch daran, dass die Standardeinstellung ist, dass man Sachen sofort einsammeln kann. Und ihr seht auch Ärzte, die fallen gelassen werden, die liegen nicht flach auf dem Boden, sondern die kriegen tatsächlich eine gewisse Rotation beim Wurf rein. Also wenn ich jetzt hier einfach mal ganz blöd ein paar Spitzhacken nehme und die in der Luft werfe, schaut mal, das rotiert in der Luft. Also die werden so durcheinander geschleudelt. Die liegen nicht immer gleich und ähnlich. Also das macht sich nochmal nicht schlecht. Ihr seht auch, bei einem Wurf steht hier unten Power. Eine gewisse Stärke zum, wie man das werfen kann. Das muss man in den Configs einstellen können. Ich habe unter anderem in den Controls keine Einstellungen gefunden bezüglich des Item für 6 Mod. Ich habe mal in die Configs reingeschaut, da gibt es auch ein paar Sachen zum Editieren und da ist das wohl auch mit drin. Auch hier könnte man theoretisch die Items viel, viel weiter werfen, aber ja, es ist schon angenehm. So, jedes Item wird random rausgeworfen, liegt dann am Boden manchmal. Oh, ich glaube aus dem Inventar, aus dem Great Inventar. Ne, das ist auch eine Rotation, das wollte ich gerade sagen. Ja, genau, hier. So, rotieren, rotieren, rotieren. Okay, das war aber noch nicht alles, denn pass auf, es gibt noch weitere Mechaniken. So weit hatten wir es schon gehabt. Fangen wir mal an mit der nächsten Sache. Zunächst mal, obwohl das gab es auch mit drin, aber Items schwimmen natürlich auch. Also, wenn ich was reinwerfe, dann taucht das kurz ab und sollte wieder nach oben schwimmen. Beziehungsweise eine Spitzhacke, die sehr schwer ist, nicht tatsächlich. Hui, Diamanterz? Auch nicht. Wenn ich Wolle nehmen, aha, die schwimmt. Und das ist nämlich jetzt der Unterschied zu anderen Modifikationen. Zunächst mal, die rotiert auch noch weiter obendrauf. Schwere Gesteine und Erze gehen unter. Lapsazudi-Block müsst ebenfalls absaufen. Flup. Ja, so langsam fällt der nach unten. Wunderbar. Und richtig so sinkend gefühlt. Nicht einfach so wie ein Stein nach unten, sondern sinkend langsam. Golderz geht ab. Diamantspitzacken gehen ab. Die sind wohl auch noch zu schwer, weil Diamant wiegt wohl was. Diamantblock geht runter. Aber Wolle landet oben, genauso wie Holz dann dementsprechend es sollte. Alle Holzsorten. Kann man gerade mal gucken. Gucken, ob alle Holzsorten mit bedacht worden sind. Ja, die gehen wieder nach oben. Zack. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich frag mich gerade. Okay, jetzt meine Laps. Gut, Holz und alle Wolle schwimmen oben. So weit, so gut. Schwämme. Da kann man ein bisschen gucken, was geht. Ne, Schwämme sinken. Ne, gehen doch nach oben. Okay, also. Der Titel hat für jeden Stein oder für jeden Block hier drin, für jedes Item festgelegt, was passiert. Die Frage ist ein Apfel. Ein Apfel müsste schwimmen, oder? Ja, Apfel schwimmt. Tatsächlich. So wie ein Real. Okay, kann man jetzt austesten, wie man will. Aber das ist cool, dass Items entsprechend schwimmen oder nicht schwimmen. Je nachdem, ob es schwere oder leichte Items sind. Schön. Nächster Punkt auf der Liste. Das ist jetzt unterschiedlich auch zu den anderen Modifikationen, die ich schon gezeigt habe davon. Und zwar Lava. Kann man sich mal ganz kurz hier platzieren. Einmal voll machen. Okay. In Lava verbrennen nur Items, die auch verbrennbar sind. Und die Spitze hat jetzt einen Holzgriff gehabt, deswegen ist sie verbrannt. Wenn ich allerdings mal einen Stein nehme, dann sollte dieser nicht verbrennen. Da kommen keine schwarzen Partikel raus. So hat er es jetzt da reingedingst. Und sollte, ja, eigentlich auffindbar sein. Manchmal schwimmen Items auch nach oben. Aber ich kann mal kurz reingehen. Der Stein, der liegt unten auf dem Boden dann von der Lava. Also Lava kann hier einen Stein nicht verbrennen. Also zerstört das Item nicht. Liegt unten drin. Gut. Es gab aber auch noch gleich ein paar leichte Items, die ebenfalls nicht von Lava verbrennbar sind. Die oben schwimmen müssten. Aber weiß ich gerade leider nicht. Aber da können auch ebenfalls Items mit auftauchen. So. Goldblock beispielsweise. Muss ein Lava. Komm, ich verbrenne ihn. Nö. Es liegt unten drin. Wenn ich reingehe, dann kann ich ihn wieder einsammeln. Schön. Ja. Und jetzt einfach ein paar brennbare Blöcke zur Erwechslung reinfeuern hier. Oak Hall. Ist das irgendwie sowas? Verschiedene Holzsorten. Flupp. Dann müsste das eigentlich rauchen. Komm schon. Also. Hup. Und ist der eine Block? Okay, der ist auch weg. Kam die Partikel gerade nicht. Aber ist verbrannt worden. Ja. Und Holzspitzsack oder Diamantpickx hat ja einen Holzgriff. Deswegen verschwindet die auch. Okay. Das wäre die andere realistische Sache. Dann als nächstes haben wir noch etwas. Und zwar. Dann ist es schlecht. Zunächst mal in den Configs kann man einstellen, wie schnell Items die spawnen sollen. Ob die länger liegen bleiben sollen oder nicht. Und das auch mal werfen kann. Hatte ich ja schon. Und ob man die mit einem Rechtsklick aufheben muss oder beim Drüberlaufen einsammeln kann. Auch wie man es vielleicht an Armutifikationen kennt. Hier ist es stadtmäßig so, dass die eingesammelt werden. Aber es gibt noch eine Sache, die muss ich sagen, die ist richtig cool. Und zwar. Ich kann den Boden mit. Und am Angenommen, ich habe hier ein Haus gebaut. So. So ganz normal. Ein Haus gebaut habe ich gerade hier. Und da habe ich einen Holzboden drin. Dann mache ich einfach mal so einen Boden hier rein. Einfach komplett random. Bisschen Holz verteilt am Boden. Was ein Holzboden ist. Holz, 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 Holz. Entschuldigung. So. Und dann mache ich einfach mal hier rein. Und dann bin ich mal so unvorsichtig. Options, Controls, Auto, Jump-Off. Dann bin ich mal so unvorsichtig und lasse eine Fackel fallen auf den Boden. Weil, schaut mal hier. Minecraft ist es ja so, wir haben Fackeln. Ja. Und die brennen ja auch. Also wenn ich die hier setze, dann brennt die. Eine Fackel ist also heiß. Die glüht. Was passiert denn also, wenn ich eine Fackel aus Versehen auf den Holzboden fallen lasse? Es fängt an zu brennen. Allerdings auch natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also manchmal brennt es sofort. Manchmal dauert es ein Weilchen. Aber, ja. Ich habe ein Feuer gestartet. Ihr könnt damit euer Haus abbrennen, wenn ihr unvorsichtig seid und Sachen liegen lasst. Das kann man noch ein bisschen ausprobieren und testen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei Torches ist. Aber ich kann mal kurz bei Magma-Blöcken gucken. Ich kann mir vorstellen, dass die auch brennen. Kleines Experiment. Und was auch noch interessant wäre, wäre eventuell Lava-Bucket. Bei Glowestum bin ich mir nicht gesichert, der glüht ja nur. Aber ich lasse einfach mal so ganz blöd, so ganz unvorsichtig einen Lava-Eimer fallen. Mal gucken, ob das auch klappt. Come on. Vielleicht habe ich ja Glücken, vielleicht nicht. Aha. Funktioniert. Funktioniert. Sehr gut. Also Lava-Eimer darf man auch nicht fallen lassen. Übrigens, Lava-Eimer werden zerstört. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die Flammen zerstören die Lava-Eimer. Die Fackeln bleiben aber liegen. Die konntest du immer wieder einsammeln. Dann als nächstes Magma-Blocks. Mal gucken, ob die auch für Brand sorgen. Ich würde es mal vermuten. Also es macht halt Sinn, aber hat derjenige daran gedacht oder nicht? Sagt uns gleich das Licht, wenn es brennt. Okay, Magma-Blocks. Sieht so aus, als wären die nicht gefährlich. Bei Fackeln, wie gesagt, einfach werfen. So könnt ihr die Bude eures besten Feindes anzünden. Ja, manchmal dauert es auch ein kleines bisschen, weil das ist immer random. Also zufällig. Muss noch mehr anzünden. Ah, okay. Jetzt gehen die Fackeln alle hoch. Schön. Schön, es brennt. Ne, aber das ist schon mal nicht schlecht. Also von Realistic Physics hier, von Items ist es echt ganz gut. Dann als nächstes habe ich noch eine Sache und da bin ich mal kurz zum Kaktus rüber. Der Kaktus, beziehungsweise ich muss, glaube ich, einen Vanillakaktus nehmen. Nicht wundern, die Bäume, die ihr gerade seht, die sind vom Dynamic Trees Mod und gegebenenfalls, ich habe dazu eine Mod-Verstörung vor ein paar Tagen hochgeladen, schaut mal auf den Kanal, ich werde es auch wieder per Infokarte verlinken, wenn ich dran denke. Baumfeld! Ich habe da so viel Spaß dran, ich weiß echt nicht warum. Aber da gibt es ein realistisches Verhalten von Bäumen. Vielleicht auch ganz nett anzuschauen. Guckt da mal rein, wenn ihr Bock habt. So, ich werde noch mal einen Kaktus nehmen und, ja okay, ja okay, ist er wieder normal. Der Kaktus von Dynamic Trees, der sieht halt ein bisschen anders aus. Aber Kakteen zerstören keine Items. Also zumindest nicht in der Modifikation. In Vanilla ist es ja so, dass Kakteen Items zerstören. Liegt nun mal da dran, dass das irgendwie da so eingefickt worden ist. Du kannst Minecraft zerploppen, alles mögliche. Aber es macht dir auf realistische Art und Weise gar keinen Sinn. Wenn du einen Stein auf einen Kaktus wirfst, warum soll der gelöscht werden? Weil der Stein macht eher den Kaktus kaputt. Und wurde ja auch ausgenommen. Also Kakteen können das nicht machen. Naja. Okay, es gibt zwei Versionen von dieser Modifikation. Einmal eine Light-Version und einmal eine Full-Version. Die Light-Version, die macht das allerdings nur für den Singleplayer. Also diese Item-Drops hier, damit man das selbst sehen kann. Andere Spieler, für andere, die sieht es normal aus. Dann kann man den überall verwenden. Die Full-Version, die ich gerade habe, also auch für die 1.12, nagelneu. Aus der Nagelneu 1.12, also die Haupt-Mod-Version aktuell. Gibt es die Full-Version. Und da sind halt die ganzen anderen kleinen Sachen mit drin. Die gelten dann für alle Spieler auf dem Server auch. Also falls ihr gut spielen wollt. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, übrigens, eine 1.13-Version ist schon unterwegs. Der Entwickler ist sehr aktiv. Und die Mod-Version, die ich aktuell hier habe, ist erst vor zehn Stunden geupdatet worden. Das ist eigentlich recht fix geworden. Und ich habe auch noch eine weitere schöne Mod. Die werde ich aber das nächste Mal vorstellen. Denn ihr kennt die zwar zum Teil schon, ist aber neu geschrieben worden von jemand anderem. Und geht um NoCubes, falls ihr das noch kennt. Aber für die 1.12-Version. Endlich mal eine neue Version, wo da jetzt hier jemand nochmal neu drangesetzt. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut mal in die anderen Mod-Verstörungen rein. Alles auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.